. Grüezi und willkommen zum Wein-Tipp von Schuler St. Jakobskellerin. Heute aus dem Weinfachgeschäft in Horb. Ich möchte Ihnen einen ganz speziellen Service von Schulern vorstellen. Und zwar sind es die Vorteilspakete Wein-Entdeckern. Schon seit über 25 Jahren bieten die Schuler seinen Kunden verschiedene massgeschneiderte Weinpakete an. Das abwechslungsreiche Vorteilspaket Wein-Entdeckern überrascht sie sechsmal jährlich mit jeweils vier Flaschen genussreifen Wein von den meisten unbekannten Winzern. Das Willkommenspaket stellt Ihnen Klassiker und Super Toskaner von unserem Weingut Castello di Meleto im Chianti Classico vor. Aus diesem Paket möchten wir Ihnen den Viña Pocciarzo näher vorstellen. Ein vielfach prämierter Top-Reserva. Die Reserva hat eine wunderschöne dunkle Farbe. In der Nase schmeckt er würzig und ein wenig noch Eichenholz. Im Gaumen ist er sehr vollmundig, sehr breit und vielschichtig und ist sehr lang im Abgang. Ich empfehle Ihnen diesen kräftigen Wein zum Unterkott oder zum Käseblättchen. Beziehen können Sie das Vorteilspaket mit 34% Rabatt in all unseren Weinfachschäften oder natürlich ganz einfach im Internet unter www.schuler.ch Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Weintipp von Schueler und zum Wohl!